Hallo liebe Freundinnen und Freunde der Rock'n'Roll Musik, wir sind The B-Shakers aus der Schweiz. Wir spielen Rockabilly im typischen B-Shakers-Stil unter dem Bandname des Programms. Wir haben es gerne wenn es rüttelt und schüttelt. Ja wir, das sind Maddy the Cat am Gesang und an der akustischen Klampfe, dann Rogerio an den Drums, Ranji an der Gitarre und ich bin Oguel Basso und ich zu für die Bassseiten. Wir haben gerade unser neuestes Album fertig, Shaker Attack. Ihr könnt die CD gerne bei Part Records beziehen und den Andi und uns damit unterstützen. Ihr findet uns auch über www.b-shakers.com, auf Facebook, Instagram oder auf YouTube. Bitte spendet auch für die Online-Edition vom Rock'n'Roll Weekender. Wirklich eine tolle Sache, welche da Andi und sein Team auf die Beine gestellt haben. Rock'n'Roll forever! Noch sind wir hier in unserem Bandraum im Keller von Andys Place in der Schweiz. Düster und etwas stickig, wie es sich für einen Bandraum gehört. Aber schon ein Stockwerk höher warten eine tolle Bar und unsere Instrumente auf uns. Und wir nehmen euch mit! Wie wär's mit einem Instrumentalsong vom letzten Album? Okay! Surf all day! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018